Ich bin Sylvana und ich mache meine Lehre hier am Schweizerhof als Hotelfachfrau, die Abkürzung Ischhofen. Ich bin hier am Schweizerhof, weil es mir schon während der Schnupperzeit sehr gut gefallen hat. Darum habe ich mich für den Schweizerhof entschieden, meine Lehre hier zu machen. Ich war sehr stolz darauf, als ich das Ja vom Schweizerhof bekam, dass ich mich als Hofenlernende nehme. Das Highlight hier im Schweizerhof als Hofenlernende ist für mich die viel Abwechslung, also durch die verschiedenen Abteilungen, wo man am Arbeiten ist. Es geht von Housekeeping über Service über Buffet bis zur Rezeption. Ich empfehle den Schweizerhof als Arbeitsgeber weiter, weil man nachher eine super Referenz für die Zukunft hat.